Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es sind natürlich wieder brandheiße aktuelle News veröffentlicht worden, die ich wieder mal nicht nachvollziehen kann, denn als die Frage aufkam mit den Shiny Eccognito vom GO Fest, das G und das O, ob das die einzigen Shiny Eccognito bleiben werden momentan oder ob auch die 5 Shiny Eccognito im Ultrabonus schillernd sein können, sagt der Niantic, nein, diese werden nicht schillernd sein. Wann es irgendwann in Zukunft vielleicht mal weitere schillernde Eccognito geben wird, ist uns noch nicht bekannt, keine Ahnung. Dann haben sie das Gespräch wahrscheinlich beendet, dann hat wohl erst das Hirn eingesetzt, die Geldgier kam durch und sie haben gedacht, oh, die haben uns auf eine Idee gebracht, wenn wir die 5 Eccognito in der Ultrabonuswoche auch schillernd machen, da klingelt doch wieder die Kasse. Bruder, warum sind wir da nicht von selbst drauf gekommen? Und so ist es geschehen, jetzt wurde es angekündigt, ne. Ich muss mal ganz kurz mir die Stirn halten für das Thumbnail. Das müssen wir heute extra stellen für die Sendung. Einfach einmal so. So, das müsste reichen. Daraus kann ich bestimmt ein Thumbnail basteln. 5 Shiny Eccognito im Ultrabonus. Was ist passiert? Wie kam es dazu? Ich habe keine Ahnung. Ursprünglich hatte Niantic bestätigt, dass ausschließlich Shiny Eccognito G und O verfügbar seien. Inzwischen sind jedoch weitere Details bekannt. Woher auch immer. Wie der Yendik nun im offiziellen Blogpost zum Ultrabonus ergänzt hat, hat man während dem Event die Chance auf ein Shiny Eccognito aus dem Raid. Die Buchstaben, die im Raid erhältlich sind, sind U-L-T-R-A. Da haben sich gestern die Spoofer in der Spoofergruppe alle die ganze Zeit... Shiny Eccognito! Auch wild? Ich habe geschrieben im Raid. Da steht aber nichts von Raid. Da steht, mit etwas Glück kann man auch ein schillerndes bekommen. Im Raid. Das wäre ja voll fies. Da wird man ja gezwungen zu raiden. Ja, merkt ihr es. Das ist doch genau das Problem. Beziehungsweise vielleicht ist es auch kein Problem. Vielleicht entwertet das auch das schillernde Eccognito nun endgültig. Dazu aber gleich mehr. So, das ignorieren wir. Das ist ja dasselbe nochmal. Auf Twitter wurde zusätzlich bestätigt, dass die schillernde Variante von Eccognito nach dem Event nicht mehr erhältlich sein wird. Sprich, falls ihr zufällig nach dem Event ein G antrefft, ein O antrefft und dann jetzt auch ein Ultra antrefft. Das kann auf jeden Fall nicht Shiny sein. Es ist nicht wie bei anderen, dass die released werden und sind dann für immer im Spiel, sondern sie sind nur beim Go Fest G und O schillernd gewesen. Und das ist jetzt nur in dieser einen Woche nur aus Raids ultra schillernd verfügbar. Und danach, nein. Da könnt ihr so viele Ultra Buchstaben in der Wildnis jagen, wie ihr wollt. Gibt's nicht. Event exklusives Shiny wird das Ganze genannt. Na Yendika zusätzlich auf der Help Shift Seite ergänzt, dass Eccognito zu den sogenannten Event exklusiven Shinies zählt. Neben Meltan ist Eccognito derzeit das einzige Shiny, welches an spezifische Events gebunden ist. Wer von euch hat ein Shiny Meltan? Schreibt's mal in die Kommentare. Manche haben noch nicht mal ein normales Meltan, weil ihr dazu ja eigentlich eine Meltan-Box braucht, die ihr euch von der Switch rüber transferieren könnt. Wurde ich gestern auch angeschrieben. Wie bekommt man so eine Meltan-Box? Auf der anderen Seite gab es aber eine Spezialforschung zu Meltan. Eigentlich müsste jeder ein Meltan haben. Wer erst nach der Spezialforschung angefangen hat zu spielen, hat natürlich doch keins. Oder wer in dem Zeitraum nicht gespielt hat und die nicht begonnen hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann jeder eigentlich ein Meltan haben. Manche auch nicht. Und das Shiny Meltan gab es nur für ein oder zwei Wochen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube für eine Woche aus der Meltan-Box. Nee, für zwei Wochen. Gab es aus der Meltan-Box mit etwas Glück ein Shiny Meltan. Und seitdem nie wieder. Ihr könnt Meltan-Boxen farmen, wie ihr wollt. Es gibt kein Shiny mehr. Deswegen ist das ein Event-Exklusives. So wie eben auch das E-Cognito. Die genauen Beweggründe für diese Entscheidung kennen wir leider nicht. Wir können also nur vermuten, wie so ein Yentic sich für diesen Schritt entschieden hat. Äh... Geld? Aber was vermuten sie? Spoofer und Live-Maps! Nein, Geld. E-Cognito selbst war bei der Einführung der zweiten Generation ein sehr guter Indikator dafür, welche Spieler spoofen und sich Live-Maps bedienen. Denn wer schon kurz nach der Veröffentlichung alle 26 E-Cognito, damals noch 26, gefangen hat, der konnte dies unmöglich ohne Mogeln tun. Alles Spoofer. Live-Events wie das Go-Fest oder Safari-Zone gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und außerhalb von Events haben die allermeisten Spieler noch nie ein wildes E-Cognito gesehen. Die Chance also ein wildes und noch dazu schillerndes E-Cognito zu fangen ist nahezu nicht existent. Ich muss sagen, ich habe alle E-Cognito bis auf das Fragezeichen. Denn das Fragezeichen gab es damals ja, glaube ich, nur beim allerersten Go-Fest in Chicago. Ich habe selbst auch noch nie ein wildes E-Cognito einfach so gefunden. Äh... Wenn irgendwo in welchen Gruppen wilde E-Cognito gepostet wurden, hat mich das nicht interessiert, da ich zu dem Zeitpunkt die Buchstaben, die gepostet wurden, eh schon hatte. Weil ich meine Buchstaben eben von den Safari-Zonen hatte. Ich hatte also nicht gleich am Anfang alles. Aber wenn eine Safari-Zone irgendwo war und da gab es ja immer mal Buchstaben oder bei Go-Festen oder irgendwas, hat man gesammelt, gesammelt, gesammelt. Selbst damals auch bei der Mac in Erfurt. Habe ich auch Videos drüber gemacht, wie wir dort waren. Gab es ja auch MAG und das Ausrufezeichen. Daher mein erstes Ausrufezeichen. Ansonsten hat man mal getauscht. Oder war eben auf den Safari-Zonen Dortmund. Bei den Go-Festen Dortmund. Äh... Überall halt so unterwegs. Ja, die reißt doch die Wand wieder runter. So, wir vermuten also, dass Neyendik verhindern möchte, dass Cheetah mehr und mehr schillernde E-Cognito fangen und hier eine Art Schwarzmarkt entsteht. Sie vermuten, dass Neyendik gegen Cheetah vorgehen will. Deswegen packen sie sie jetzt eine Woche lang als Shiny in den Raid. Steckt vielleicht nicht doch dahinter, dass ihr die Geldmaschine antreiben wollt und dass die Spieler sozusagen gezwungen werden müssten, wenn sie einen Shiny E-Cognito haben wollen, dass sie statt die Oxys zu raiden einfach 10 Millionen E-Cognito-Raids machen, die zudem noch unnütz sind und unbrauchbar und total schwachsinnig. Außer die E-Cognito-Shiny-Rade in den Raids ist diese Woche so hoch, dass einfach jeder eins bekommt und jeder mit einem Shiny rausgeht und somit E-Cognito gar keinen Wert mehr hat. Beim Go-Face fand ich das noch cool. Ihr hattet 10 Stunden an einem Tag, 10 Stunden am nächsten Tag die Gelegenheit, wenn ihr Rauch angemacht habt, wenn ihr ein Ticket hattet, das aus dem Ticket mit Rauch, ihr habt eh schon bezahlt und hattet deswegen die ganze Zeit die Chance darauf, dass E-Cognito rauskamen und mit etwas Glück schillernd sein konnten. Für mich extrem selten. Etliche haben eins bekommen. Der Rest ging leer aus. Deswegen immer noch interessant, deswegen immer noch sehr wertvoll. Wenn sie jetzt diese Teile in die Raids packen, mit erhöhter Shiny-Chance, dann hat das gar keinen Wert mehr, denn die meisten wollen nicht alle Buchstaben sammeln, die meisten, die wollen einfach nur irgendein E-Cognito als Shiny. Dann kriegen die das jetzt aus dem Raid und dann war's das. Dann hat's aber keinen Wert mehr. Oder? Es ist nicht geboostet. Und das heißt, ihr macht 100 Raids und es passiert einfach nichts. Natürlich macht ihr nur 100 Raids, weil Niantic ja nicht möchte, dass jemand cheatet. Es ist nicht so, dass ihr 100 Raids macht, weil Niantic daran Geld verdient und euch sozusagen zum Raiden zwingt. Live-Events. Außerdem gehen wir davon aus, dass Niantic ursprünglich sehr viele Live-Events geplant hat. Unter dem Hashtag NianticLive2020 waren sehr viele Safari-Zonen geplant, von denen aufgrund der Corona-Krise jedoch nur eine einzige stattfinden konnte und weitere drei in abgewandelter Form stattfanden. Weitere Events wurden erst gar nicht angekündigt. Die Abgewandelten sollten ja auch dieses Jahr noch nachgeholt werden. Jetzt ist schon August. Ich weiß nicht, wie die das noch machen wollen. Komischerweise sollte ja auch mal Lugia in so eine Raid-Woche noch kommen. Wurde verschoben. Ist auch noch nicht nachgeholt worden. Ich glaube, daran denkt keine Sau mehr. Lugia sollte kommen. Nix. Die drei Safari-Zonen sollten nachgeholt werden. Momentan noch nix. Keine Ahnung. Mal gucken, ob dieses Jahr das noch passiert oder ob es einfach unter den Tisch gekehrt wird. Es hieß ja, ihr könnt euer Ticket zurückgeben. Wenn ihr das Ticket aber behaltet, dann habt ihr ja die Chance, in dem nachgeholten Event, in der nachgeholten Safari-Zone nochmal zu spielen. Dafür muss ich aber erstmal nachgeholt werden. Wir vermuten, dass eine Yendik durch die schillernden ECOGNITO einen zusätzlichen Anreiz für Live-Events schaffen möchte. Denn je nach Auswahl der Buchstaben könnte ein Event, welches sonst eher uninteressant erscheint, dennoch interessant sein. Zusätzlich erhielten die Shiny ECOGNITO aus den Live-Events so einen etwas höheren Tauschwert als andere Shinies. Ja. Aber trotzdem, wenn die jetzt in die Raids kommen. Cheater. Cheater stellen sich dann hin. Die holen sich dann halt 200 Shiny ECOGNITO und dann können die die doch trotzdem auf dem Schwarzmarkt verscherbeln. Ja, aber erstmal geben sie uns Geld. Und dann ist egal, was sie damit machen. Ja, keine Ahnung. Shiny Chance im Event. Noch kennen wir die tatsächliche Chance auf ein schillerndes ECOGNITO nicht. Die Chancen während des GO-Fests wurden in etwa 1 zu 60 bis 1 zu 80 geschätzt. Allerdings ist die Chance aller Pokémon im Rahmen des GO-Fests erhöht, so dass dies nicht unbedingt eine Aussage über die ECOGNITO im Ultra-Bonus macht. Wir hoffen für alle Spieler, dass die Chance auf ein Shiny ECOGNITO im Raid sehr hoch ist. Warum? So dass man zumindest die Chance hat, mit den kostenlosen Passen in dieser Woche ein ECOGNITO zu erhalten. Liga, wollt ihr mich verarschen? Go Games! Was ist mit euch nicht richtig? In diesem Satz. Ihr wisst, ich mag euch, aber das... Die Kosten... Es ist eine Woche da. Ihr hofft, dass man wenigstens mit den kostenlosen Passen einen ECOGNITO erhalten kann. Ich meine, einen ECOGNITO aus einem Raid zu erhalten, ist das eine. Aber ein schillerndes ECOGNITO aus dem Raid zu erhalten mit den kostenlosen Passen, das heißt, ihr wollt, dass die Chance so hoch ist, dass wenn man sieben Raids macht, man direkt einen Shiny hat. Wo ist das dann noch selten? Wo hat das dann einen höheren Wert? Wo ist es dann noch was Cooles? Dann ist es ja kein Ding, alle Buchstaben als Shiny zu bekommen. Ich habe 18 Accounts. Die Accounts haben alle ganz viel Münzen, weil die immer schön in den Arenen sitzen. Ich mache meistens damit nichts. Ich werde sicherlich zur Ultra-Bonus-Woche rausgehen mit dem großen Dioxys-Rain, mit den kleinen ECOGNITO suchen. Einfach so. Wir werden ja sehen, ist die Chance erhöht, ist sie nicht erhöht. Wenn ich nach der Woche mit allen 18 Accounts alle Pässe verbraucht habe, alle Münzen verbraucht habe und keinen Shiny ECOGNITO habe, dann wissen wir ja, die Chance ist auf jeden Fall nicht erhöht. Wenn ich aber nach sieben Tagen plötzlich 200 Schillernde ECOGNITO habe von jedem Buchstaben, dann wissen wir, okay, Schwarzmarkt geht los. Ich habe da ja kein Geld reingesteckt. Ich habe einfach nur mich jeden Tag in die Arenen gesetzt und gespart. Das heißt, ich kann mich jetzt mit ECOGNITO bedienen und dann den Schwarzmarkt eröffnen. Sehr gut, dass sie gegen Cheetah vorgegangen sind. Aber es ist ja dann in dem Sinne auf ehrliche Art und Weise verdient. Also bin ich ja kein Cheetah, kann aber trotzdem den Schwarzmarkt aufmachen. Aber diese Chance, sie hoffen, dass die Chance sehr hoch ist. Eigentlich hoffe ich nicht, dass die Chance sehr hoch ist. Wie gesagt, eigentlich hoffe ich, dass ECOGNITO SHINY selten bleibt und was Besonderes ist. Auf der anderen Seite, für mich persönlich, möchte ich eigentlich auch hoffen, dass die Chance sehr hoch ist. So wie, wenn sie die Starter mit Halloween-Hut, Halloween-Kostüm in die Raids gepackt haben und man vielleicht auch bei sieben Raids schon das SHINY hatte, dann hat man das nächste gemacht, dann das nächste und jetzt habt ihr halt nicht drei Starter, ihr habt halt fünf verschiedene ECOGNITO. Da sollte die Chance bitte hoch sein, genau, damit man auch jedes einmal mitnimmt. Aber es hat dann einfach keinen Wert mehr, in dem Sinne. Also die Buchstaben G und O haben dann keinen Wert mehr, die sind zwar seltener dann gewesen als die Ultras, aber die Leute sagen, äh, du hast G und O, ich hab ein A. Da sag ich, na das A ist doch nichts wert, das gab es zu Hause aus dem Raid erhöht. Das ist ein SHINY ECOGNITO und eins ist auch ein SHINY ECOGNITO, ja, betracht's mal von außen. Haben sie recht, haben sie recht. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wie seht ihr das denn? Wollt ihr, dass die Chance erhöht ist, so dass wirklich jeder nach der Woche mit 20 SHINY ECOGNITO rumrennt? Oder wollt ihr, dass es selten bleibt und diese eine Woche nur dazu dient, Geld zu machen, weil Leute wie verrückt Raiden, 5 verschiedene Buchstaben Raiden ohne Erfolg, aber ordentlich Geld reinpulvern, werdet ihr ECOGNITO Raiden. Werdet ihr auf SHINY Suche gehen? Oder werdet ihr auf Dioxys Jagd gehen? Ihr müsst beides Raiden. Ich weiß nicht, was ich... Unterm Strich sehen wir diese doch sehr kritisch, da man im Gegensatz zu regulären Raid Bossen wie Rayquaza ECOGNITO nicht wirklich für etwas benutzen kann und diese tatsächlich nur für den Pokedex bzw. SHINY Decks da sind. Ja, man muss ja nix hier... Dioxys Normalform ist auch für nix zu gebrauchen in dem Sinne, aber wollen die Leute trotzdem als SHINY haben. So, Reversal... Geh weg. Wie Reversal auf Twitter schon scherzhaft verkündet hat, ist die einfachste Variante alle 5 SHINY ECOGNITO zu fangen, 200 Euro in Pokedex in Pokedex zu investieren und Raid Pässe zu kaufen. Ich denke nicht mal, dass das reichen wird, außer die Chance ist erhöht. Fazit, da wir die tatsächlichen Chancen auf SHINY ECOGNITO nicht kennen und ECOGNITO als SHINY immer exklusiv an Events gebunden ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu raten, viele Raids zu machen. Unser Vorteil hier ist, dass das Event um 22 Uhr startet, wenn keine Raids mehr bei uns stattfinden. Wir können uns also auf die Rückmeldungen der anderen Spieler weltweit verlassen und über Nacht die Situation beobachten. ist okay, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist die Drachenwoche eingeführt worden, ich war auf einem guten Stand, theoretisch haben mir nur drei Capuno gefehlt, dann bin ich gut bestückt. Jetzt kommt die Enigma-Woche da dazu, Shiny Stern-Duo kommt dazu, ist vielleicht chilliger, weil Stern-Duo sicherlich erhöht in der Wildnis spawnen wird, nicht so wie Kapuno, ist das Ding Kapuno, was soll ich denn jetzt, der Dino halt einfach, ja Kapuno, genau, nicht so wie Kapuno wird also Stern-Duo eigentlich besser zu jagen sein, Fünfer-Raids konzentriert man sich sowieso drauf, macht die ein, Ikognito kann man links liegen lassen, sind ja nicht Shiny und jetzt hauen die das Teil raus, alles Shiny, alles Shiny, Rated fünf verschiedene Buchstaben, Rated fünf war, Rated alles, Rated vielleicht sogar noch Stern-Duo, den hauen wir noch in einer Raid rein, also, wie ist eure Meinung dazu, findet ihr das gut, dass die jetzt Shiny werden, findet ihr das schlecht und werdet ihr Ikognito raiden, reicht euch ein Buchstabe, wollt ihr alle fünf Buchstaben, seid ihr die Hardcore-Sammler, schreibt mal eure Meinung dazu rein, meine kennt ihr ja, ziemlich angepisste Folge heute, das war es trotzdem, von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis, das ist schon eine Folge Ramses Hateblog sozusagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses, denn, jetzt werde ich gleich extra für den Frank eine, äh, Go Battle League Folge aufnehmen und mich nochmal an der Superliga, ähm, betun, da hinten in dem Rotlicht Milieu, was da sitzt, diese Wurst, das ist Adi übrigens, Adi, genau, horcht aufs Wort, ähm, jo, das war's von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal, bis dahin, Peace out, fort, neue Ramses, Vielen Dank.